Was machst du da? Treppe, was tust du da? Meine Güte! So, hier hab ich ja auch die Crafting Cable stehen, muss ich nicht immer reinlaufen. Macht jetzt nicht so den Unterschied, aber besser als nix, ne? Ich sehe den Tag kommen, an dem ich alle meine Spitzhacken zerstört habe und keinen Stein mehr habe und ich mir dann eine Holzspitzhacke machen muss, um Steine zu farmen. Ja, ich sehe den Tag kommen. So. Halt. Wenn wir schon dabei sind. Zack, zack. Wundervoll. Kann ich hier bitte noch so eine Holzbrücke drüber machen? Das wäre voll nice. Aber ich würde die halt weiter rechts machen. Ich würde die halt so machen. Das sieht jetzt auch nicht so toll aus. Was will uns der Künstler mit diesem Werk sagen? Wahrscheinlich, dass er einfach zu dumm ist zum Bauen. So, das machen wir ja auch weg. Zack, zack, zack. Wir können hier die Steintreppen hinmachen. Es hat halt schon echt was, ne? Zack, 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 zack. Kann ich theoretisch meine Steine wegwerfen? Ja, kann ich offensichtlich. Nein, das wollte ich nicht tun. Ich wollte... Habe ich noch Zaun? So macht man keinen Zaun. Gut, dass ich das festgestellt habe. Ab ins Lager. Ab ins Lagermobil. Wee! Au. Aber so geht's halt schneller. Nein, ich habe keinen Zaun mehr. Aber ich hab noch genug Planks. Um mir ein bisschen Zaun zu machen. Das reicht auch absolut. Nur um dem Ganzen... Ah, Alter! Also heute will nicht, ne? Heute will nicht! Einfach um dem Ganzen auch noch so'n... So'n Flair zu verpassen. Wisst ihr so, äh... Das gewisse Etwas, wie die Leute zu sagen pflegen? Kann ich da hier außen so... Wisst ihr wie so... Äh... Wie so... Ähm... Ihr wisst schon, so'n Tor, ne? So'n Burgtor. Da war Wasser. Kann ich das bitte aus der Distanz sehen? Ich... Ich fühle es. Der fließende Übergang. So. Und dann... Hier. Moment. Aber eben nur, äh... Bis hier. So kann ich bitte... Leute, das sieht doch noch was aus. Also bitte. Ich kann da oben sogar noch... Ein Ding langziehen. Öh, er kann sein Ding langziehen. Ich bin lustig, 1,11. So. Noch eine Reihe an Steinen. So, dann haben wir hier den Übergang... Zur Holzbrücke und dann in die Wildnis. Sehr schön. Doch mir gefällt es... Mir gefällt es bis jetzt echt wahnsinnig gut. Das war jetzt zwar... Ziemlich viel... Bau... Zeug. Aber dafür... Ich finde, es lohnt sich halt auch. Da kann ich halt tatsächlich noch... Eine Reihe Steine reinmachen. Einfach damit hier nicht noch... So eine Reihe braun ist. Wisst ihr, das sieht dann halt auch... Ein bisschen komisch aus. Hallo? Was war das? Was war das gerade? Hallo? Spiel? Minecraft? Habt ihr das gerade gesehen? Das war... Komisch. Das war sehr seltsam. Naja, manche Sachen sollte man besser nicht hinterfragen. Hier kann ich auch noch so einfach, um die Thematik aufrechtzuhalten, noch eine Reihe mit Cobblestone reinploppen. Und dann hier... Zack! Dann wird es da unten noch grün und dann sieht es schön aus. Und hier drüben die Holzbrücke. Wie machen wir das? Eins noch. Und dann nehme ich hier einen Slap, pack den da hin und mache dann... Hier? Hier. Eine Brücke darüber. I feel it, Leute. Fühlt ihr es auch? Spüren Sie es jetzt, Mr. Krabs? Ich spüre irgendwas Warmes. Entschuldigung. So, Holz. Und zwar will ich dafür das helle Holz benutzen. Das Birkenholz. Und davon brauchen wir auch noch ein paar Slaps. Ah, ja. Das sollte soweit passen. Kommt das Ei her. Mach das weg. Mach das weg. Das ist eklig. Wer weiß, wie lange ich das Ei schon durch die Gegend trage. Das wird doch ganz faulig. I. Ja. Und dazwischen... So. Ja, das... Das wird schön. Glaubt mir. Und jetzt am Rand... Noch die... Da hätte ich vielleicht sogar die... Die... Un... Bearbeiteten nehmen können. Was sind die... Die normalen Birken? So. Schä! Doch! Kann man absolut so lassen, würde ich sagen. Hier auch mit dem Wasserfall. Es ist echt schön. Von... Da werde ich noch ein bisschen terraformen müssen, glaube ich. Und da hinten werde ich noch ein bisschen terraformen müssen, glaube ich. Aber das können wir ja dann alles... Äh... Wann anders machen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wird gleich mein ganzes Zeug im Lager unterbringen. Ah, ah, ah. Nix. Ah, ah, ah. Ganz kurz. Eine Sekunde lang die Hände von der Tastatur nehmen. Waaah. Au. So, Holz. Äh... Holz, Holz, Holz. 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 Nee, Stuff. Nee, Stuff. Stuff, 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 Stuff. Eigentlich kein Stuff, aber... wird schon passen. Erde, 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 Erde. Gravel ist ja auch Erde irgendwie. Stein, 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 Stein. Stein, 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 Schwerter, warum auch immer ich die hab. Und eine Tür, da fuck? Zack. Ich nehm' aber noch einen Stack Dirt mit. Und dann werden wir wieder ein bisschen in die Richtung da oben ein bisschen, äh... Roden... Roden... hier ein bisschen frei machen. Das hätt' ich ganz gerne. Bzw. ich sollte ja eigentlich mal in die andere Richtung wieder gehen. eigentlich sollte ich mal wieder dahinter hingehen, ne? Ist ja auch zu unserem... zu unserem Haus da hinten. Hallo, da fehlt ein Half Slap. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist sie. So. Also bitte! So viel Ordnung sollte schon noch sein. Was hab' ich denn da wieder angestellt? So, unser kleines, trautes Heim außerhalb... äh... der... Befestigungsanlage ohne Namen da drüben. Da müssen auch noch Häuser hin, glaub' ich. Oder ich muss es einheitlich machen. Dass ich die Wand da halt einheitlich gestalte. Hm... Lass' ich mal da hoch. Aber es sieht schon nach was aus, ne? Ich... glaub' ich werd' früher oder später die Berge da ganz abtragen, die Hügel. Weil... das... ja... Ja, äh... Argumentation ist jetzt nicht so mein Ding. meine Stärke. Aber ich glaub' so wird es dann einfach schöner aussehen. Zack, zack, hier die Bäume weg. Auf jeden Fall so ein bisschen. Nicht, nicht alles, aber... Ja, so ein bisschen die Bäume weg. Damit wir hier ein bisschen Freiraum haben. Ein bisschen Luft zum Atmen. Ich werd' wie gesagt auf der anderen Seite vom Tunnel, ähm, den Wald so weit lassen. Da werd' ich dann nur... so ne Schneise halt durchschlagen. Was... was... hab' ich da wieder angestellt? So durch unseren... semi-schönen Tunnel. Der irgendwie nicht mal ansatzweise nicht mal semi-schön ist. Ach, da muss ich ja auch noch... einen kleinen Durchgang quasi graben. Nicht nur quasi, auch un-quasi. Zack, 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 zack. Dass wir hier wenigstens... gescheit durch können. Wenn's schon nicht... wunderschön ist. Wie es sein sollte. Weil in meiner Welt sollte alles wunderschön sein, ja. Und dann sollte es immerhin praktisch sein. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, das war einer zu viel. Kein Problem. So, dann haben wir hier immerhin so'n... schmales... Durch... ...Gangs... Ding. So, da oben will ich ja unbedingt die Tempelanlage drauf haben. Dann will ich sagen, gehen wir mal hier ein bisschen Auskundschaft in die Richtung. Da ist ja irgendwo die Höhle, die ich so wunderschön angefangen hab' zuzubauen. Und ich fertig gekriegt hab' weil ich keine Erde hatte. ... Ihr solltet ja mittlerweile wissen, wie, ähm... hoch meine Ansprüche, was, äh... das Ästhetische angeht, sind. Gut, dann spiel kein Minecraft, wenn du auf Ästhetik Anspruch legst. Ja doch. Weil ich das ja dann so anpassen kann, wie ich möchte. Ästhetisch, schön... ...und... ... ...quasi wundervoll. Zack. Äh, einfach, einfach aus Prinzip so. Äh... ...schweb nicht, Block. Schweb nicht. Schweb nicht. Schweb nicht. Hier... Keine schlechte Idee. Halt so... ...keinen kompletten Weg. Um Gottes Willen. Keine Angst. Aber so halt immer so vereinzelt, so Crabble auf dem Boden, dass es aussieht wie so ein Trampelpfad. Trampelpfad.